Musik Kann man den Menschen wirklich wie eine Glühdonne ausschalten? Ins Nichts befördern? Nichts. Aber es gibt kein Nichts. Nichts gab es nie. Das Nichts besteht aus Energie. Aus dieser Energie entsteht das Universum. Aus diesem Universum entsteht der Mensch. Und aus diesem Menschen entsteht der Geist. Der Geist ist die höchste Entwicklungsstufe der Energie. Deshalb sind dem Geist keine Grenzen gesetzt. Der Geist kann alles. Du bist der Geist. Der Geist. Das ... Er macht das nicht immer mehr mehr. Punkt. Der Geist.